Ich will mich erst einmal hier Sternchen ausgeben. Abbauwerkzeug eingefordert. Kleider eingefordert. Tanz eingefordert. Seite 9 ist freigeschalten und ich habe 0 Sterne. Oh, der Skin sieht aber auch nicht schlecht aus. Hä? Loi, was ist denn auf der Seite? Hä? Ah, jetzt. Guck dir mal auf Seite 9 die Ushi mit der Sonnenbrille an. Die sieht recht nice aus. Naja. Ich finde es nice. Bloß, weil du nie auf weibliche Skin stehst. Naja. Okay. Boah, ab Dienstag wird es beschissen für mich. Ich muss ab Dienstag 17.30 Uhr jede volle Stunde in halben Liter Wasser saufen. Was? Das ist ruhig. Das ist für dich halt noch schlimmer als für mich, wenn der sowieso Wasser trinkt. Hm, ich darf nachmittags auch dann nicht mehr so viel Kaffee trinken, weil ab 17.30 Uhr wirklich nur noch klare Flüssigkeiten, hat der gesagt, der Arzt. Weil, wie er es gesagt hat, Wasser mit, ohne Sprudel. Ähm, Säfte, die durchsichtig sind. Sekt. Und ich einfach nur so, Wodka? Eih, aber nee. Wodka muss das unbedingt sein. Ich kann auch durchsichtigen Tee trinken, so einen klaren Tee halt. Aber, ich habe nur Pfefferminztee hier. Und mal einen Darmtee. Und ich darf dann auch größtenteils nur noch Weißbrot essen. Also leichte Kosten, wenn man es so nimmt, dass alles gleich durchgespült wird. Keine Körner, kann gar nichts. Das darf ich schon ab Sonntag nicht mehr. Ne, ab heute. Ab heute darf ich es nicht mehr. Vier Tage vorher keine Lebensmittel mit Körnern und Kernern. Und sieben Tage vorher aber auch irgendwas. Ja, ich sag mal so. Ich habe dann aber die Gewissheit, was es ist, wenn sie überhaupt was finden. Kann ja auch sein, dass sie wirklich gar nichts finden. Das kann halt gut oder scheiße sein. Je nachdem, wie man es interpretiert. Ja, ähm, für mich ist es tatsächlich scheiße, weil es muss ja irgendwo dran liegen. Und der Arzt hat ja auch schon gesagt, eine Kopfsache ist das nicht. Weil da kommt was raus bei mir. Das ist ja das Ding. Wäre es eine Kopfsache, würde nichts rauskommen bei mir. Aber ich spüre es halt. Das ist ja dann nach dem, wie soll ich sagen, dritten Gang. Einfach nur noch schmerzhaft. Und irgendwann fängt es an zu bluten, weil alles einreißt. Widerliches Thema. Bitte haben wir wechseln. Ja, ich spreche halt ja nicht aus, was und... Ah, bei mir ist einer! Mami! Ernsthaft jetzt? Warte! Genockt! So! Ich wollte schon sagen, hallo! Und wieder 5k EP erhalten. Ja! Bei mir läuft noch einer. Ich habe ihn gehört. Das ist der Team-Mild. Ja! Der ist besser als sein Kollege. Ist weg! Ja! 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 Wollen wir mal eine Aufgabe für dich erledigen? Welche denn? Das ist doch... Das war nur eine Tegleckis. Ich dachte, du hast nur noch eine Lecke. Das sieht so aus... Alter, ich hab mit einer Zweischuss-TAMP schon wieder 5k XP erhalten, weil ich ne Kasse geöffnet hab. Alter, ich brauch Munition. Ich hab einfach gar nichts. Äh, man sollte schon ans Dach anspringen. Ey, ich will keine Scheiß-Pistil-Muni, ich will richtige Muni. Äh, eigentlich flieg mal zu dem, äh, oder ich fahr mal zu diesem Steinskultur-Teil, weil ich so ein Greifarm habe. Ich hoffe, dass du ja 15 Meter hoch bist. Markier mal, wo du hingehst, damit ich so langsam dahin... Ah, hier läuft einer. Kappen. Oder die grüne Augen, ich stand nicht dran. Ey, ich hab schon 3 Kills. Holy Macaroni. Wenn ich jetzt noch ne ordentliche blaue Punk kriege, wäre ich happy. Nein, wieso lasse ich immer... Boah, ich... Ne, ich las da immer so früh los. Ich hab noch gar keine Fernschimpf... äh, Fernkampfwaffe. Hat auch ne Sniper. Ähm, ich hab blaue Auge, blaues Hammer, blaue Zweischuss-Pampe. Also hier... die, die ich's nicht mag. Und hier kam grad ne blaue Sniper raus. Auf jeden Fall. Ja, ich hab nicht geholfen. Ja, ich hab doch mal keine Äu EPA rauskriegen. Nein, ich hab nicht. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. 7 von 10 8 von 10 9 Komm schon, du mir den gefahren Ben, perfekt See, I don't know when battleboots are found I don't know if you want to Ich brauche heute noch ne bessere Pump, ey, die ich hab, die ist kacke. Ich hab ne grüne. Ey, ich hab diese hässliche Pump, mit der ich immer nicht umgehen kann. Wo ich mit der eben genockt hab. Du meinst die alte, oder? Was hast du für ne Pump? Zeig mal. Grüne, deine Lieblings, den grünen. Ja, nimm die oder die, die du hast, wenn du sie mehr gibst. So, nice. Ja ja, mit der anderen, hier ist schon gelupelt worden. Kann mit der hier ja ein bisschen umgehen. Aber ich hab heute keine Fernkampfwaffe auf, sondern eine Sniper. Ich hab, okay, ich, naja, bis auf die Augen hab ich auch nicht wirklich. Hier ist noch ne Kiste. Hier ist auch ne Kiste. Das ist gut. Ich brauche nämlich noch einen Muni. Hier. Hier oben ist noch ne Kiste. Ja, hab ich schon ein bisschen weiß. Was hast du für ne Sniper? Blau. Okay, ich hab auch grad hier ne Blau rausbekommen. Es gibt gar keinen unter Blau. Doch. Grau und Grün. Ne, gibt's nicht. In der Szene. Hab ich noch nie gesehen. Gibt's echt nicht. Da oben ist die Kopfgeld. Da oben ist die Kopfgeld. So, da. Könnten wir ja versuchen. Da oben ist die Kopfgeld. Ich hab ja irgendwann schon mal drei Kills. Also so schlecht bin ich in der Runde nicht. Aber. Als erstes ruck ich hier rein. Nix. Hier liegen sonst noch solche Dinger. Warte, warte, warte. Warte, warte. Läuft hier einer. Der verschwunden ist. Der schwimmt da. Der schwimmt da. Kappen. Weil die Kopfgeldjagd. Und wo? Da hinten. Der hat's auf mich abgesehen. Also du könntest den versuchen wegzus. Ne, der schießt auf mich. Ich treffe mit dieser Waffe einfach gar nichts. Doch. Du Arsch. Schinddünnster. Da wächst dann hier nicht mal. Wolltest du den etwa killen? Nö. Ich wollte meinen Frust rauslassen. Der hat auch keine gute Fährdkampfwaffe. Ähm. Ich werd schon wieder abgeschossen. Ich hör's aber ich weiß nicht von. Hier. Bei mir. Kriegst du's? Ist weg. Und hat natürlich der Sniperger. Aber auch keine Fährdkampfwaffe. Keine ordentliche. Was ist denn los? Oh, ich werd schon wieder abgeballert. Von wo jetzt schon wieder? Ja, ich bin nicht mehr bei dir. Aber wenn die Zone kommt. Oh, das ist ein Team. Tschüssi Kowski. Das geht. Arsch. Das tut weh. Aber hier hinten. Das wird auch geschossen. Das ist auch ein Team. Wir sind heute schon wieder gefährlich an der Zwickmühle. Mhm. Pass auf, hier beim Haus waren welche. Da. Die schwimmen hinter uns eigentlich. Die schießen auf dich. Die sollten vielleicht mal treffen. Oh, die Scheißzone. Die Nerven. Die Freikzone. Vergiss das. Hab einen. Vielleicht hält sie das auf. Pass auf, dort sind welche rumgesprungen. Wo ich, äh, wo wir jetzt hinrennen. Äh, haben wir ne Wauer. Pass auf mit nem Busch. Ne, niemand. Kommt. Das ist ne Krehlaufen doch. Das ist ne Krehlaufen doch. Okay, der, den ich genockt hab. Der ist eliminiert. Was. Herzhaft. Ich... Hm. Da sind Pflanzen zum Looten. Oh ja, die brauch ich. Oder brauchen wir wahrscheinlich. Sehen aber gelootet aus, oder? Das ist ja egal. Woher? Oh. Alter, der hat hat halt abgeschoben. Alter. 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 Was war denn das für eine Runde, Alter? Aber immerhin 5 Kills. Ich habe meine MP irgendwo weggeworfen, ernsthaft? Immerhin 5 Kills. Und 5 Aufgaben. Und jetzt? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020